So, dann bin ich im, oder sind wir im Kloster angekommen und ihr seht schon, wohin uns unser Weg führt, zu unserem guten Freund Burz. Burz, mein Freund, willkommen, willkommen. So, jetzt werden wir endlich mal unseren ganzen Kram hier los. Also, dann brauchen wir Ortswiederbelebung, weil wir haben nix mehr. Ich sag's bis jetzt. Sag mal, kennst du eigentlich die komischen Rat-Rat-Rat-Kin? Ich bin nicht so viel für sie. Eine der Reasons, die ich Trenton verlassen habe, ist, dass sie überall sind. Letztendlich wusste ich, dass Chief Gary immer noch versucht hat, sie zu entfernen. Ach, du bist ja auch so ein Eichhörnchen, ne? Tr-Dryndon? Tr-Dryndon? Hatten wir dich schon über Tr-Dryndon ausgefragt? Mein guter. Wahrscheinlich, ne? Du schaust nur den größten Baum in der Südde in Arnica und bist du da. Du magst es, es ist ein großartiger Platz. Ich weiß. Es ist wirklich ein großartiger Platz, dieser Baum. Und Gary? Chief, warte mal halt. Chief Gary, was sagst du über den? Ich mag Boots. Boots, Entschuldigung. Tr-Niss. Tr-Niss. Well, I should be going soon. Ja, ja, okay, okay. Ne, ne, ne. Du gehst bitte nicht. So, wir handeln. Wir handeln und du gibst uns alles am Fallen, was du hast. Denn die gehen uns echt immer ein bisschen aus. Gut. Gib uns auch mal noch ein paar Bolzen. Ich glaub, die könnten wir auch brauchen. So, reicht. Das ist ja eh wie viel. So, gebolzete Waffenröcke? Ne, 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 ne. Ne, wir verkaufen erst mal. Wir verkaufen erst mal und zwar einen einfachen Dolch. Ne, ne, ne. Außerdem hier Waffenröcke ohne Ende, ne. Ein Rundschild. Äh, den hab ich so dazwischen bekommen. Aber wer braucht schon ein Rundschild von uns, ne? Dann hab ich noch Säbel bekommen. Aber die sind auch irgendwie für die Katz. Ein... Plus sieben. Ein Lederhalsberg. Ein Lederhals... Ja, warte, gleich. Entschuldigung. Ich muss halt was... Ne, noch nicht. Moment, wir brauchen noch diesen Lederhals... Hier. Plus sieben. Plus sieben. Na? Das ist doch... Ah, what? Was denn du? Plus vier. Und du? Plus fünf? Ne. Hier, bitteschön. Äh, halt. Hier. Und... Was das jetzt hier? Plus fünf, ne? Dann hast du... Ich hab schon wieder vergessen. Plus vier. Also könnten wir das dir geben. Und dir könnten wir... Bei dir ist es eh egal, ne? Hm. Weil du hast plus fünf. Und das ist auch plus fünf. Alles klar. Na dann. Gibt's hier noch irgendwas? Ne. Nicht wirklich. So. Wir schauen mal bei Boris außerdem, ob wir irgendwelche Handwerksmaterialien bekommen. Warte. Wir handeln weiter. Verkaufen aus dem Gruppeninventar. Jawoll. Lederharnisch. Den will ich verkaufen. So. Ehe. Nicht. Ja. Stoffhosen brauchen wir das recht nicht. Uh. Der Bron- Der Bron- Der Bronzerharnisch dir. Gibt Geld. Die gepolsterten Hosen. Weg damit. Halbstiefel. Weg. Noch mehr Halb... Die. Nee. Die benutzen wir auch nie, oder? Komm. Diebesdolch. Ja, ich glaub den konnte niemand... Ne. Den konnte niemand... Hier außer der Dieb und... Der bringt uns richtig. Der bringt uns gut. Da können wir uns einiges an Wiederbelebungspulvern kaufen. Halbstiefel. Ganz klar. Das grüne Klipperzeug, das brauchen wir. Der Kobolddolch kommt weg. Morgenstern sowieso. Kurzbogen ist auch nicht so, dass wir den brauchen würden. Na. Noch ein Kurzbogen. Eine leere Flasche. Buch der Tore weiß ich jetzt nicht. Ach nee, halt. Jetzt weiß ich es wieder. Breitschwert interessiert auch niemanden. Der Kampf starb erst recht nicht. Den will unsere Weine nicht unbedingt. Schleude haben wir eigentlich. Katana. Das bringt uns auch noch ein bisschen nah. Ja. Den Mikrowellenchip, den behalten wir. Ach so, ja kurz rum. Was? Starren Schreck. Ach so. Ja. Ich weiß nicht. Wir benutzen ihn zwar nie, aber... Ich mag ihn eigentlich nicht hergeben. So. Dann. Die Giftrüsen. Musketenkugeln. Jawohl. Bolzen. Ein Rapier haben wir noch, das wir auch nie benutzen. Und dann haben wir einiges an Gold, das wir wieder investieren. Ah, die müssten so, ne. Was wir... Ah, jetzt haben wir wieder den ganzen Mist hier und wissen nicht, ob wir den brauchen oder nicht. Oder was auch immer. Hm. Ach, hier gibt es schon wieder neue Pfeiler. Ja. Nee. Wir haben jetzt genug. Vielleicht. Eventuell. Eventuell haben wir genug. So. Mosketenkugeln. Hm. Nehmen wir mal noch was. Ja, Rundschild. Den haben wir ja nur gerade verkauft. So. Wiederbelebungspulver. Hast du nur eins, ne? Ist nicht die Welt, mein Freund. Ist nicht die Welt. Verkiftungen heilen. Nehmen wir mal mit. Das rettet manchmal Leben. Krankheit nicht. Niespulver nicht. Schrift. Magiegeschoss. Das ist nur sowas. Hm. Ne, pass auf. Wir hatten noch... Müssen wir noch mal nach Arnica, ne? Da werde ich noch mal in Arnica bei Lord Braffitt vorbeischauen. Wäre vielleicht ganz sinnvoll. Na ja, da nehme ich doch noch ein paar Pfeile mit. Die, das ist ein paar Pfeile mit dem Ae. So, dann haben wir vielleicht genug. So, dann haben wir vielleicht genug. Jobwurz! Ich glaube, das war's. Können dich jetzt noch ausrauben, aber irgendwie... Das ging vielleicht sogar, aber irgendwie, ich mag dich nicht ausrufen. Ich würd's jetzt gern, aber ich mag nicht. Ich mag einfach nicht. So, dann. Komm zurück und sieh mich, wenn du irgendwas brauchst. Danke dir. Till we meet again. Till we meet again. Jawohl. So. Ein Wiederbelebungspulver. Wen geben wir das? Das geben wir unseren Gettwin. Hail weg. Aha. So. Mehr haben wir ja nicht gekauft. So, jetzt haben wir einiges an Gold. Hm. Du... Ja, nee, du hast noch genug. Du hast noch genug. Ja, dann. Okay. Okay. So, wie sieht's denn überhaupt hier aus? Wo müssen wir denn hin? Wo fiel denn uns noch was? Warte, wir müssen wieder zurück auf alle Fälle. Wir müssen wieder zurück. Und dann schauen wir mal. Was in diesem Kloster noch so alles stecken. Ich weiß nicht recht. Viel was, glaube ich, noch mal. Ich glaube, viel was nicht. Es war, glaube ich, nur noch ein... Ich glaube, wir müssen hier raus. So, wie ich das noch in Erinnerung habe. Da geht's, glaube ich, noch oben, ne? Und hier haben wir uns ja diese Ratten mit Sieche angesteckt. So, und hier schauen wir noch mal. Hier war einmal dieser Garten. Könnt ihr euch noch hin, wo wir noch hin müssen? Was, hier entlang? Ich glaube, wir müssen hier entlang und hier runter. Probieren wir's mal, ne? Oder kommen wir da her? Nee, wir kommen hier. Hier geht's ja runter, ne? Also, wir gehen mal gleich. Also, hier ist ja alles... Oder, was ist denn hier hinten? Ausgang nach Straße? Nein, wir gehen erst mal hier runter. So, also, im Grunde eher so ein bisschen links halten, ne? Hier, hier rein. Ja, aber die können uns mit Sieche anstecken. Deswegen... Entstanden. Deswegen ziehen wir uns mal ein bisschen zurück. So, ein kleines bisschen. So, hier. So, dann kommt mal her. Wir warten schon auf euch. Ihr blöden Sieche. Da ist unser... Unser Fenris ist hier absolut ausgerastet. Absolut ausgerastet. Na, kann's nicht an Nüsse. So, dann... Jo, mach mal Frost. Very well. Nüsse. Zack. Oh, da haben sie ja nicht schlecht zu. Das dürfte Push-Over werden. Na? Ja, ja. Ja, ja. Oh, viel trifft hier Luna nicht. Oh, wei. Wei. Bitte. Nicht für viel. Oh Gott. Mit einem. Da fragt man sich doch... Habe ich die überhaupt gesteichert, oder? Oh, das zweite Mal verfehlt, weil... Willst du dir nur mal sagen. Das zweite Mal hast du gerade verfehlt. Nur so, zur Information. Also nicht, dass du dich wohnst. So. Du. Very well. Zack. Was ist mit den anderen Horden? Kommen die, oder? Muss ich da hin? Nur noch... Da kommen sie. Okay. Danke euch. Ah, ach so, weil die noch gedacht haben. Die war besser. Die war besser. Da. Sieh. 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 Sieh ist übel, ne? Absolut übel. So. Du heilst erst mal die Sieche. Dann... Ja, die trifft eh nix. Da kannst du eigentlich auch Gatwin halten. Ach so. Du... Ach. Mach erstmal nix. Wo ist's? Treffen die sogar? Ach so. Super. Gatwin. Toll gemacht. Traum. Keine Wirkung? Oh. Manchmal... Frage ich mich echt. Ich frag mich wirklich echt. Die Ratten sind wirklich hier... Also die Ratten, ne? Das sind die absolut schlimmsten. Gotcha. Das ist ja nervig. Die sind ja fast so nervig wie die Pflanzen. Wo sind die anderen? Kommen jetzt die anderen Ratten auch noch? Oder... Mit oder... Ja oder... Ja oder... Herzlichen. Bitte. Die Ratten... Die sind doof. Mit ihrer... Blöden Sieche. In der Klaus. Ich denke, da waren noch 5000 Ratten da. Anscheinend nicht. Ja, wenn ich schon mal hier im Schlafraum bin, ne? Dann schlafen wir auch. Gehen wir mal kein Risiko ein, ne?